Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Skyforge. Es geht weiter und jetzt eben auch mit dem Update Aliens Call. Die letzten zwei Folgen waren ja, obwohl zeitlich nach dem Update erschienen, eben noch vor dem Update aufgenommen. Jetzt allerdings haben wir diese... Wie? Buh. Buh. Nein. Weg mit dir. Ikit. Ja, jetzt habe ich meinen Faden verloren dafür. Ist egal. Wir wollen loslegen und das ist zum einen das Event, was ich euch mal zeigen wollte. Da geht es ja darum, hier die Adepten in einen Rennwagen zu setzen und rumzuscheuchen. Ich bin gespannt, wie das so vonstatten gehen wird. Ich habe gerade keinen Adepten frei. Ich habe es natürlich alle gerade auf Mission geschickt. Und dann schaue ich hier rein. Ist relativ frisch geupdatet. Und jetzt sehe ich das erste Mal hier tatsächlich eine Mission mit gleich auch noch dreifacher Menge an... ...ääh... ...Dings. Ne? Tickets. Machen wir. Starten. Will ich jetzt einfach wissen, wie das mit den Tickets ist. Ob das jetzt... Ist das schon die dreifache Menge, die 68? Oder wird das noch verdreifacht? Man weiß es nicht. Was? Eng. Ach so! Ah, das ist eine Fünfermission. Ja! Ach wie doof! Das ist eine Fünfermission. Sehe ich jetzt erst. Das ist ja das Kloster... Ich dachte, das wird dieses andere Kloster, wo wir schon mal waren. Kloster, schieß mich und hau mich und so. Kloster... Ach, ich weiß nicht, wie es heißt. Egal. Ja, was haben wir dann? Äh... Hier. Da! Kloster! Ha! Da haben wir es. Ich habe jetzt gerade überlegt. Komm, dann machen wir halt... Irgendwas, was ich an Funken brauche. Nehmen wir die roten. Das unten... Machen wir PvP? Wie viele Funken brauchen wir denn? Das gibt ja auch fast nichts. Was gibt das hier? Archipelseiban bringt immerhin 109... Ne, 106 Funken. Ich brauche... Weiß nicht, wie viele. Steht hier nicht, wie viele ich noch brauche. Ich habe so viel. Ein Drittel habe ich. Also brauche ich noch 200 Funken. Ja, was machen wir denn dann da jetzt? Das hat meinen kompletten Plan zerstört, oder? Wir machen hier diese Bonus-Missionen. Katakomfe von Landberg. Komm, wir machen das mal. Dann sehen wir, wie das mit diesem Bonus sich darstellt. Es gibt Bonus-Funken 100... Von diesen goldenen, schätze ich mal. Und dann heilige Texte, 10 Stück. Ich aber nicht. Mann, was sind das hier gerade für eine blöde... Jetzt habe ich überhaupt... Wisst ihr was, dann machen wir erst mal folgendes. Wir gehen jetzt erst mal hier zum... Festgeber. Wir mussten ja das letzte Mal... Haben wir ja aufgehört. Da ging es darum, hier mit dem... Mit dem... Mit dem Dings zu reden. Na, sag schon, wie heißt er? Mit diesem Archivar. Wo steht er denn überhaupt? Ich dachte, mit dem müsste ich hier noch reden. War das schon? Schrifttafel für Asterius. Da, da ist es doch. Sprich mit Asterius im göttlichen Observatorium. Da hat es mich jetzt irritiert. Ich habe auch noch mit dem Ordensmeister zu reden. Das war hier auch noch markiert als gestern. Sind wir jetzt einmal im Kreis gelaufen. Ist doch schön. Voll planlos. Toll! Ha, hat das jetzt Let's Play ja mal wieder toll angefangen hier. Hey! Bald fünf Minuten rum und ich habe nichts gemacht außer dem Kreis gelaufen. Sehr schön. Asterius hat uns wieder was zu erzählen und hier stehen ganz viele andere, die ihm auch zuhören. Ist erstaunlich. Es schläft keiner. Ja, aber natürlich, wie kann ich dir denn bei der Arbeit helfen? Wie Sie wissen, ich bin Asterius. Ich bin Asterius. Ich bin Asterius. Ich bin Asterius. Und ich bin Asterius. Ich bin Asterius. Ich bin Asterius. Wir waren auf jeden Fall dort. An die Schrifttafeln kann ich mich irgendwie gerade nicht erinnern. Aha. Ja, ja, ist klar. Unten irgendwie im Kleingedruckten steht dann vielleicht mal der Name. Ja, ist okay, ist okay. Ramleuchte. Fußnote. Okay. Kehrt zum Ordensmeister zurück müssen wir jetzt noch. Geht zu den Ruinen in der Ausgrabungsstätte und findet die Schrifttafel, die sechste. Jene Verschollene. Das werden wir dann gleich machen. Dann haben wir wenigstens eine Mission. Und dann ist ja erwischt, was wir da an Belohnung bekommen, gell? Also von daher haben wir dann wieder was, wo wir hin können. Und wie wir auch vielleicht unser Prestige ein bisschen steigern können. Denn für die eine Mission, die ja noch aussteht, brauchen wir mehr Prestige. Halle der Herrlichkeit. Dann muss ich auch die Geschenke noch abholen, fällt mir ein. Steht das da eigentlich? Nö, steht ja gar nicht. Habe ich heute nach dem Login noch gar nicht gemacht. Die Geschenke der Anhänger muss man ja täglich abholen. Äh, da soll man nichts verschenken. Also, ne, ihr wisst schon, wie ich es meine. Nichts liegen lassen. Diesmal ist unsere Statue ganz hinten. Das ist jedes Mal wieder woanders. Das finde ich, finde ich immer wieder gewöhnungsbedürftig. Wieso, Geschenke von den Anhängern. Hab so viele Quests. Man sieht es manchmal gar nicht. So. Mit F hätten wir die abgeschlossen, erhalten 16 Geschenke. Immer zum Ordensmeister. Guten Tag. Toll. Ich hab keinen Adepten frei gerade. Na gut, fragen, was er in der Predigt sagen soll. Hallo. Sind deine Taten, mit denen du andere ein gutes Beispiel vorangehst. Dadurch bleiben sie auf dem rechten Weg. Ja, wir mussten ja ein paar Funken, äh, erlangen, um eventuell in einem neuen Gebiet Bus zu fassen oder dergleichen. Ähm. Oh. Ich. Welche Wahnsinnsmusik hier. Ja, leider bei den Adepten. Hier, Prediger. Boah, dauert doch noch so lang. Keine Empfehlung. Ich habe keinen. Kann ich irgendwie eine Mission beschleunigen? Die sind alle relativ teuer. Müsste ich über 2000 Credits ausgeben. Ähm. Da müssen wir jetzt ein bisschen warten, bis die einmal durch sind, eine Stunde. Aber das soll uns jetzt nicht im Weg stehen. Wir machen uns zur Mission, die wir aufgetragen bekommen haben. Vom Geschichtenerzähler nenne ich ihn mal. Asterios, glaube ich, hieß er, gell? Und da werden wir dann mal gucken, was es da jetzt an Belohnungen gibt. Vielleicht passt das ja zufällig. Ja, der hier hat gerade von der Mechanoiden-Invasion erzählt. Das ist ja auch angekommen mit dem letzten Patch. Die sehen wir hier. Aber so wie ich das verstehe, kann ich da nicht teilnehmen, wenn ich nicht die göttliche Form erlangt habe. So, schauen wir mal, wo wir hinmüssten. Da, Schrifttafel für Asterios. Ach. In die offene... Ins offene Gebiet ist das, oder? Aus Karmstätte Isola? Ich weiß es gerade gar nicht, doch. Da war ich doch schon, ne? Wir schauen uns das mal an. Das war doch eines der ersten offenen Gebiete, oder nicht, wo wir waren. Ja, zumindest sind wir ja genau. Das sind eines der ersten offenen Gebiete. Na gut. Und hier habe ich jetzt wieder alles hoffen. Die Banditen und bla und plupp. Äh, jetzt. Unten der Transformation, unten in Kristall 23 habe ich bekommen. Okay, also das ist... Ich will nur mal ganz kurz gucken, ob die... Aber ich schätze mal, die... Ja. Nein. Die sind nicht wirklich eine Herausforderung. Bunken der Kälte. Eins plus neun. Moment, was habe ich denn jetzt bekommen da mit plus neun? Was war das denn jetzt? Den kann ich auf jeden Fall, äh, getrost zerlegen in Steine. Ausrüstung? Wertgegenstände? Was habe ich, was habe ich jetzt gerade bekommen? Punktenreplikatoren. Ah, das ist das. Eins plus neun, das sind die... Sind das die Replikatoren? Das kann ich... Moment. Bin mal gespannt, ob ich hier überhaupt noch was loote. Das will ich jetzt gerade mal schauen. Aber wir werden das sicherlich noch rausfinden. Credits und Beute. Ja gut, egal. Also die Quests mache ich jetzt hier definitiv nicht. Das ist ja völliger Schwachsinn. Wir teleportieren uns da mal hin. 750 kostenlos für Premium Konto. Ja. Okay. 750 Credits. Das ist schon echt viel. So, und da müsste ich jetzt so runter... Was... Moment. Da sehe ich es. Was kriege ich denn da? Was ist denn das blaue? Hilfe für die Wissenschaft. Diese dunkelblauen Dinger. Das sind... Punktenreplikatoren. Hm. Ich werde es sehen. Ja, hier ist auf jeden Fall alles One-Hit. Ich denke, das wird sich gleich ändern. Hier geht es lang. Ja, da bin ich auf richtigem Weg. Und werde hoffentlich gleich... Jetzt müsste ich nur mal ganz kurz nochmal gucken. Ist das hier alles Hilfe? Nee, das ist Studium der Feinde. Geschwächte Maschinen. Geschwächte Maschinen. Ausgrabungsstätte Isola. Was ist das? Nee, wo sehe ich denn jetzt meine Mission? Verdammt, nur eins. Oh Mann. Das ist doch alles wieder... Uralte Schrifttafeln. Nee, das ist doch das andere. Ähm. Ich bin gerade völlig ratlos. Ich muss doch hier die sechste Schrifttafel finden. Gehe zu den Ruinen in der Ausgrabungsstätte... Und finde die Schrifttafel. Muss ich jetzt hier alle Missionen nochmal machen? Das kann doch nicht sein, oder? Das kann doch jetzt nicht sein, dass ich mich hier one-hitten... One-hitten durchschlängeln muss, um... Um an die... An die Quest zu bekommen, oder? Also... Das wäre ein wenig strange, muss ich jetzt ehrlich gesagt zugeben. Schrifttafel für Asterios. Doch, da hinten kommt sie. Das ist irgendwie eigenartig. Die leuchten hier auch anders irgendwie. Funken der Kälte eins plus neun. Muss ich nicht verstehen. Schrifttafel für Asterios. 400 Meter entfernt. Da hinten. Oh Mann. So, haben wir es jetzt... Okay. Tausende andere Quests aktiv. Mann, ich liebe diese... Ich liebe diese Open-World-Gebiet. Ich liebe diese Open-World-Gebiete. Das wisst ihr schon aus den anderen Folgen. Ich komme da nie mit zurecht. 3 plus 28. Also, ich kann mir nur vorstellen, dass das mein... Mein Bonus ist, weil ich eben hinterherhänge. Das müsste dieser Bonus sein, der eingebaut wurde. Für Spieler, die ein bisschen hinterherhängen. Oh, nicht One-Hit. Wahnsinn. Anders kann ich mir das gerade nicht erklären, zumindest. So, und das schnappen wir uns. Ja, das gibt ja Wahnsinns-Boni. Sekunde. K, wir schauen uns das mal an. Dann müsste ich ja jetzt wahnsinnig viele schon haben, von diesen Funken. Ja. Habe ich auch. 293. Das ist ja mega. Und das auf so einer billigen Gegend. Wie viel Boni gibt denn das erst bei diesen großen Missionen dann? Kann ich hier noch... Na, komm. Und hier müsste ich dann jetzt schon wieder die anderen ausgeben, aber bei der Geschwindigkeit ist das ja mega. Der stört ja nur. Alles klar. Kiste der Banditen, oder was? Suche nach der Schrifttafel. Dann muss ich die wohl mal durchsuchen. Aber dann lohnt es sich ja tatsächlich auch hier diese ganzen One-Hits zu machen, sozusagen. Hier ist noch eine Kiste. Nebenbei habe ich wohl eine Quest abgeschlossen. Himmlische Fäden. 22. Wahnsinn. Gibt man noch weitere Kisten? Wie viel brauchen wir noch? Drei Stück brauchen wir noch. Wo sind die denn hier alle? Zerstörter Golem. Kommen wir hier. Kommen wir hier. Nee, auf der Karte sehen wir sie nicht. Und da unten. Das Problem ist, dass diese zerstörten Golems auch alle markiert sind. Komm, dann mache ich die eben mit. Gibt ja auch eine Quest-Shines. Mache ich die eben mit. Dann verschwinden diese grünen Punkte da auch. Dann haben wir die Karte wieder frei. Und es gab ja himmlische Fäden. Also nehmen wir auch mit. Uh. Mal kommen. Meine Herren, das ist wieder eine Folge, wo ich richtig schön planlos durch die Gegend stapfe. Also ich vermute wirklich, dass diese Plus-X da immer, dass das heißt, dass das meine Boni sind, weil ich so ein Schwächling bin. Und die beispielsweise ja nicht mal One-Hitte. Credits. Kistchen. Da ist noch ein Golem. Ja, das ist ja ein Wahnsinns-Bonus, den ich hier kriege. Das ist echt mega gut. Das finde ich schön. Also das ist jetzt nicht nur so ein bisschen ein Bonus, sondern das ist echt richtig spürbar. Damit kann man wirklich aufholen. Und den Abstand. Okay. Alles klar. Jetzt müssen wir den Anführer töten. Die Golems mache ich jetzt aber noch fertig. Dann haben wir nämlich die Quest auch. Ja, das gibt an himmlische Fäden. Wahrscheinlich, weil wir hier einfach zu stark sind. Dann gibt es da als Belohnung Fäden und keine Funken. So, wir müssen jetzt den Boss töten. Die Frage ist... Schrifttafel für Asterios. Na gut, das kostet uns jetzt hier eine ganz schöne Sache. Aber was soll's. Ich muss mal schauen, ob ich wieder ein Premium-Account mir gönne. Alleine hier dieses Teleportieren. Das könnte sich sehr schnell lohnen, glaube ich. Super. Echt genial. Ich bin richtig begeistert von... ...von diesem Bonus. Der fällt weitaus größer aus, als ich das erwartet hab. Puff. Wir machen kurz die Quest. Ich mein, wenn das jetzt schon hier... ...so easy going ist, sollte ich das mitnehmen. Punkten der Kälte. Oh, da gab's keinen Bonus. Oh. Was war das? Irgendwie das Fenster hab ich jetzt gar nicht gesehen. Egal. Kloppte da so ein Fenster auf und... ...nebenbei explodiert dieses Vieh. Ich hab's schnell weggedrückt, weil ich da in der Explosion stand. Aber was war das jetzt für ein Fenster? Egal. Hat uns ja jetzt nicht so wehgetan. Wo sind die für Asterios? Da oben. Na? Hat er nochmal schießen können. So, Schrifthafen für Asterios. Ich schätze mal hier, ja... ...hier war doch immer dieser... ...Boss der Vanditen. Ich kann mich erinnern. So eine Pechsträhne. Let's try one last thing. Talk to my assistant at the scientists' camp. Der hat's schon längst gefunden, ja? Er hat's schon längst gefunden und, äh... ...ja... ...klar, jetzt können wir uns wieder zurück teleportieren, ne? Ja. Dachte ich mir fast. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt nicht das als Let's Play machen würde, würde ich hier mich nicht teleportieren. Sondern laufen. Das Ding ist einfach nur, ähm... ...wenn ich jetzt hier laufen würde, würdet ihr euch ganz schön langweilen bei dieser Folge. Also gebe ich mal ausnahmsweise die Credits aus. Spenden werden gerne entgegengenommen. Ne, kann man ja leider nicht. Irgendwie wirkt er leicht aggressiv, eigenartig. Bitte gebe Asterius Bescheid, wenn du die Schrifttafel siehst. Er verhält sich verdächtig, wie ich finde. Was mir mehr als unstimmig erscheint. Also, wir schließen das jetzt mal ab. Quest abgeschlossen. Alles klar, mach das, Opi. Ähm... Lade die Daten von der Schrifttafel... ...auf dem sonnigen Plateau herunter. Das sind jetzt aber alles diese... ...Schrifttafeln hier. Das ist... Das hat nichts mehr damit zu tun. Die Quest ist abgeschlossen. Besorge einen Ätherkern. Verbessere den Atlas des Fortschritts. Also, besorge einen Ätherkern wäre eine Quest, die wir mal machen könnten eigentlich. Ähm... Wir schauen uns mal kurz um. Ich brauche immer noch die roten. Hier hat sich in der Zwischenzeit nichts geändert. Ja... Wollen wir gerade nochmal ein, zwei Gegner kloppen? Ich glaube, das mache ich noch. Komm, hier unten die Quest machen wir mal. Die paar... Die paar Funken hole ich mir noch ab. Die so günstig sind. Das ist doch deutlich entspannter, als das vermutlich woanders hier der Fall ist. Gibt sehr schnell Credits im Grunde genommen und auch sehr schnell... ...die Klassen funken. Naja, in dem Fall jetzt nur Credits, aber... Ja, wie gesagt, also das ist das mit dem Boni. Ich bin gespannt, wie sich das in der nächsten richtigen Mission dann, nenne ich es mal, darstellt. Das hier ist ja jetzt... ...wirklich Pille-Palle. Forschungssonde, da hätten wir noch eine. Mal schauen, ob das immer nur die Fäden gibt. Wenn ich hier was abschließe... So, uralte Schrifttafel. Tada! Die Anzahl der von dir enthaltenen Funken des Fortschritts erhöht sich um 50%. Den zugefügten Replikatoren 7. Der Effekt läuft ab, sobald alle Replikatoren verbraucht sind. Was? Was? Ich habe so keine Ahnung, was hier abgeht, Leute. Ich habe sowas von keine Ahnung, was hier abgeht. Ich mache einfach. Was wollten die jetzt wieder mit Replikatoren? Es ist manchmal etwas eigenartig, dieses Spiel. Weil man nicht so ganz draus schlau wird, was man hier alles erhält und bekommt und braucht. Ne? So, diese Quest hätten wir auch. Ja, das gibt jedes Mal diese himmlischen Fäden. Alles klar. Dann haben wir das auch mal ein bisschen geklärt, ein bisschen noch uns Sachen hier besorgt. Aber ich bin noch nicht so ganz schlau draus. Hat das jetzt mit den Replikatoren zu tun, dass ich da diese Boni kriege auf die Funken? Oder hat das mit meinem Bonus, weil ich hinterher hinke, zu tun? Also an der Unübersichtlichkeit dieses Spiels hat sich durch den Patch jetzt relativ wenig geändert. Es ist nach wie vor grenzwertig. Und, ähm, ich bin da nach wie vor, man merkt es kaum, stellenweise doch ein wenig überfordert. Und diese eine Quest machen wir jetzt auch noch fertig. War das? Das war noch nicht alles. Na gut. Dann soll es das hier gewesen sein, würde ich sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin so ein bisschen... Also ich bin... Ich weiß nicht. Die Folge hat bei mir mehr Fragezeichen aufgeworfen als geklärt. Vielleicht bin ich heute auch einfach extra verpeilt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber, ähm, in jedem Fall, äh, in jedem Fall habe ich einige Boni bekommen, die ich so nicht erwartet hätte. Und weiß noch nicht ganz, worauf sie zurückzuführen sind. Ich nehme aber mit. Solange es Boni sind, ist doch gut. Solange es keine Abzüge sind, die ich nicht verstehe, äh, sage ich einfach, ich nehme sie mit. Ha. Oh Mann. Na gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, trotz der allgemeinen Verpeiltheit. Und, ähm, ja, wenn denn so war, freue ich mich über den Daumen nach oben. Und dann sage ich einfach, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz der allgemeinen Verpeiltheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz der allgemeinen Verpeiltheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz der allgemeinen Verpeiltheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz der allgemeinen Verpeiltheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz der allgemeinen Verpeiltheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz der allgemeinen Verpeiltheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz der allgemeinen Verpeiltheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz der allgemeinen Verpeiltheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz der allgemeinen Verpeiltheit. Bis zum nächsten Mal.